Herzlich willkommen auf unserem Öko-Versuchsfeld in Ochsehause. Wir möchten Sie ganz herzlich einladen zu unserem Öko-Versuchsfeldtag. Der findet am kommenden Dienstag den 21.06.2022 statt. Wir wollen Führungen anbieten um 10 Uhr und um 19 Uhr, jeweils ohne Anmeldung. Und da möchten wir erstens die Öko-Landessortenversuche präsentieren zu verschiedenen Wintergetreidearten, Sommergetreidearten und auch Leguminosen. Außerdem möchten wir unseren Leguminosen-Müdigkeitsversuch vorstellen in Ackerbohnen. Und es wird Frau Vitaler von der Uni Heidelberg anwesend sein. Sie stellt das Projekt vor Öko-Sorten für Biodiversität. Herzliche Einladung, mir freut uns auf Ihr Kommen.